Die erste Luftabwehrstellung. Vorwärts, zerstört sie! Alles sauber. Ausgezeichnet. Sparons, der Wächter befindet sich am anderen Ende der Stadt. In dieser Richtung haben wir mehrere Luftabwehrstellungen entdeckt. Wir kümmern uns auf den Weg um die Luftabwehr. Viel Erfolg, Sparons. Ihnen auch, Gebieter. Schwerter von Senghelios. Heute wird Sunnion fallen. Und mit ihm die Allianz. Zu mir, Brüder. Na gut, Sparons. Ist noch ein langer Weg zum Wächter. Also los. Auf Ansturm vorbereiten. Woher wissen wir denn, ob Dr. Horseys Plan wirklich funktioniert hat? Weil der Wächter sich bewegt. Wir müssen nur nah genug dran sein, um an Bord springen zu können. Schwerter von Senghelios. Meldung von allen Schiffen. Da, eine Flakstelle. Schaltet sie aus. Verschaffen wir dem Gebieter etwas Ruhe. Erwort bereit. Raumswort bereit. Evolution bereit. Alle Schiffe. Feuer auf die Allianz. Lufteinheiten konzentrieren. Schicken wir sie in ein feuchtes Grab. Energiekern zerstören. Sparfen locker im Schwerter von Senghelios. Luftabwehr ausgestaltet. Bestätigt. Luftunterstützung unterwegs. Bewegung. Es gibt noch viel zu tun. Dann los. Mir nach, Osiris. Mist. Einsatzkapseln. Noch mehr Luftabwehr. Schaltet sie aus. Der Energiekern der Flak. Zerstört nicht, um das Geschütz auszuschalten. Geschütz zerstört. Schwerter von Senghelios. Wir haben noch ein Geschütz erledigt. Versteht dich, Spartan. An alle Schiffe, die Spartans, haben uns mehr Luftraum geschaffen. Jetzt rein da und macht euch nützlich. Ali's an der Tür. Wir sind drei Geschütze. Schaltet sie aus. Schaltet sie aus. Wir dürfen unser Taxi nicht ablassen. Ein Geschütz erledigt. Gut. Noch zwei. Ich brauche hier mal Hilfe. Kein weitergehend, Knackler. Danke für die Hilfe. Zweites Geschütz ausgeschaltet. Nur noch eins übrig. Gebäude abgeschirmt. Die letzte Energiequelle ist hinter dem Schild. Wie kommen wir da rein? Schild erledigt. Schaltet das letzte Geschütz aus. Erledigt die Geschütze. Sucht nach der Energiequelle oder greift sie direkt an. Ich bin top. Ziel ist vernichtet. Letztes Geschütz zerstören. Gute Arbeit, Spartans. Gebäude, alle Geschütze hier sind erledigt. Meine Truppen werden die Stellung sichern. Gehen Sie weiter zum Wächter. Sie müssen den Master Chief rechtzeitig erreichen. Verstanden, Gebäude. Verbündete Phantoms im Handflug. Spartan Log, kommen. Marquis, da bist du ja wieder. Flakstellungen sichern noch immer den Luftraum zwischen Ihnen und dem Wächter. So viele, als dass ich sie zu Ihrem Ziel bringen könnte. Sie müssen einen anderen Weg finden. Bei Ihrer Position sollte sich ein Pfad zur Unterstadt von Sonnayon befinden. So sollten Sie direkten Zugang zum Wächter erhalten. Danke, Marquis. Osiris, es gibt einen Weg nach unten. Findet ihn. Eine Plasma-Batterie. Das sollte den Schild erledigen, Hackers. Menschen, hier drüben. Alle Mann auf den Lift. Viel Glück, Frau Spartans. Gebäude. Sind unterwegs zur Unterstadt. Ich muss Sie warnen. Bevor der Wächter in den Hyperraum springt, sendet er eine Reihe von Schockwellen aus. Wenn Sie Ihre Schiffe in Sicherheit bringen, kriegt die Allianz das Schlimmste an. Sieg und Ruhm entspringen keinem zaghaften Samen, Spartan. Ihre Ernte soll glorisch sein, wenn Sie den Schiff aussehen. Möchten Sie bitte meine Grüße. Das wäre ich, Sir. Ich habe noch nie ein Sangheili so mit einem Menschen reden hören. Werde es mir nicht zu Kopf steigen lassen. Wir müssen weiter. Der Wächter könnte jederzeit abfliegen. Wir dürfen unser Taxi zum Schiff nicht verpassen. Der Wächter könnte jederzeit abfliegen. Lass mich zu, dass der falsche Gebiet auf die Sterne von Sergileum zunahe. Haki meinte, da unten würden wir direkten Zugang zum Wächter erhalten. Aber es ist sonst keiner da, um die Feinde von uns abzulenken. Hauptsache wir kommen schleunig zum Wächter. Brüder! Die Wächter sind unverlässig vorgelegt. Die Allianz ist der Wächter gewendigt. Die Allianz ist der Wächter. Wir nacken euch nicht! Wir haben eine Rüstung zerstört! Der Wächter ist noch weit weg. Schnell! Passt gut auf, Osiris. Ist noch ein langer Weg noch. Direkter Zugang muss auf St. Helios eine andere bedeuten. Der Wächter ist noch weit weg. Schnell! Der Wächter ist noch weit weg. Schnell! Die Wächter sind noch weit weg. Der Wächter ist noch weit weg. Der Wächter ist noch weit weg. Schnell! Die Wächter ist noch weit weg. Schnell! Die Wächter sind noch weit weg. Schnell! Abgaan, ich komme aus! Die Verstärkung direkt hinein! I am von der Führung! Held! Held! I am Führung! Ich will doch nach dem Führung! Ziel getroffen! Schreie! 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 Zirat man schwank! Spatans, passen Sie auf. Neue Feinde nähern sich von oben. Gepanzert, glänzend. Prometheaner, wir sind vorbereitet. Der Wächter wird bald erwachen. Beeilung, Osiris. Sie fliehen, Feuer! Beeilung, Osiris. Beeilung, Osiris. Was ist das? Oh, je lasse. Oh, je lasse, oh, je lasse. Oh, je lasse, oh, je lasse. No! Jäger, Achtung! Jäger erledigt. Sackgasse, wir müssen wieder hoch. Reilen wir uns. Wir haben sicher nicht mehr viel Zeit. Aufzugstüren! An der Klasse! Achtung! An der Klasse! An der Klasse! An der Klasse! An der Klasse! Sie schlafen alle ab! Gebieter! Das war nichts. Wir sollten jetzt in der Nähe des Wächters sein. Und wenn wir dem Gebieter helfen können? Werden wir, aber nicht wenn wir den Wächter verpassen. Den Chief zu erreichen ist wichtiger. Wir haben wohl den ganzen Spaß verpasst. Der Wächter sinkt! Wie viel Zeit bleibt uns? Nicht genug. Beeilung, Osiris! Gebiete der Wächter! Die Wächter fliegen nicht ohne uns ab! Los, Osiris! Los! Massen wir uns ab! Wirklich schlecht! Papper! Hoch! Hoch! Gebäude zurechten! Los! Haben Sie gesehen? Gesehen? Sind das Prometeana? Kabler! Da ist noch einer. Die Uhr tickt. Los, sonst verpassen wir unser Taxi zum Schienen. Kebita! Sparks. Prometeana! Wir sind fast beim Wächter. Sie können uns nicht mehr ausmachen. Wir müssen uns einen Weg zum Wächter beachten, bevor er startet. Immer weiter, Osiris. Wir sind fast beim Wächter. Die dritte Zündung. Der Wächter wird jeden Moment verschwinden. Hauptsache, der Wächter ist noch da. Wir haben noch Zeit. Die dritte Zündung. Der Wächter wird jeden Moment verschwinden. Hauptsache, der Wächter ist noch da. Machen Sie, das sind immer noch so! Los geht's nicht. Die dritte Zündung. Ah, man macht das sehr. Dann müssen wir gleich noch ihm. Ja, wir müssen uns nicht mehr weg. Der superiority. Das Ding ist hier. Wir haben es doch getötet. Keine Zeit für Diskussion. Tötet ihn, Osiris. Verdammt, wir müssen da rauf. Erst kümmern wir uns um den Wärter. Feuer konzentrieren. Danke für die Hilfe. Glauben wir wirklich, ein Waffenwechsel hilft euch weiter? Ich will die Gefühle. Spartan am Boden. Ja, komm hier! Spannungsvergleiche, komm hier! Spannungsvergleiche! Schöne, Schöne! Ich bin ein Waffenwechsel, ich bin ein Waffenwechsel! Nutsch! Was ist Genesis? Das Ziel des Wächters. Der Wächter haut ohne uns ab. Es muss sein Weg. Osiris, jetzt oder nie. Ich komme angeflogen. Halten Sie sich bereit. Los! Wir sind an Bord. Festhalten! Augen auf, Doc. Sie verpassen ja den ganzen Spaß. Ist jetzt schon das zweite Mal. Oh, wir zählen also mit. Lord, Sie haben einen Versuch. Wir sind bereit, Commander. Jetzt! Alles klar. Palmer! Palmer! Lock, mach schon! Bringt sie zur Strecke. Heute löschen wir die Allianz aus. TÜNTER! War's das? Wo sind wir? Was zur... Magnetstiefel aktivieren! Wie auf der Seite eines Wolkenkratzers zu stehen. War nicht gut. Das wird schaffen. Und der Chief ist da unten? Finden wir's raus. Spartan Jameson Lock. Sender auf allen UNSC-Frequenzen. Sierra 117, bitte kommen. Wächter, bewegt sich! Bewegung. Wir müssen weiter runter, bevor wir sicher abspringen können. Kabler, dort! Weiter schießen und rennen! Bleibt in der Mitte und achtet auf Lücken! Wir sind nicht so weit gekommen, um jetzt rauszugehen. Schneller! Als ob er was abschütteln wollte! Forted ist es! hat es funktioniert sind wir hier richtig versuchen wir es noch mal spartan jamison lockern sierra 117 bitte kommen wir sind also richtig ein illuminat mein name ist 031 exuberant witness illuminat in der james installation willkommen davon abhalten die aufgabe zu übernehmen die furcht vor dem tode überwiegt jede lust am leben wenn sie nicht zu den anderen menschen stoßen ist das auch ihre zukunft ihre kommunikationssysteme zu im übrigen da draußen warten einige unfreundliche besucher ich habe ihnen das gebracht ein skorpion herr schätze damit lässt sich was reißen ich habe es in den trümmern der ankunft von wächter 3 209 entdeckt die hyperraublasen der wächter bringen eine beträchtliche menge schwank von ihrem ursprungsplaneten an sich jemand sollte den verklick an dass der krieg vorbei ist wenn sie denn unbedingt kämpfen wollen da oben wächter wozu hat sie so viele gerufen ein einziger wächter genügt um ein sonnensystem zu überwachen was für eine machtdemonstration sorry überwachen machtdemonstration korrekt mit den wächtern hielten die blutsväter den frieden in den niederen systemen aufrecht ich habe die abwehrmaßnahmen von genesis auf die einbringlinge und dauerlicherweise werden es auf sie als einbringlinge das ist deine installation kannst du uns nicht durchschleusen nein durch den wert von kotana wurden mir die meisten administratorrechte entzogen aber keine sorge ich habe immer noch die kontrolle über einige aspekte dieser anlage der ghost ist fast erledigt sie schlagen sich wacker finde ich es gibt jetzt weniger von denen als vorher was so nehme ich an ihre absicht war der wälder wird den aufruf bemerken machen sie schnell der wäge endet wohl hier moment ich werde sie fahrzeug scheint vom kampf stark stampaziert zu sein was ist das tor eine brücke zwischen der domäne und genesis ist ein wirklich prachtvoller planet aber für gewöhnlich etwas ruhiger recht ein ein das ein 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 das ein 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 Oh je. Ich war noch nie zuvor in einem Gefecht. Wie beruhigend. Und aufregend. Der Ghost ist fast erledigt. Es ist etwas Eile geboten. Cortana versucht mehrere hochstufige Kommunikationssysteme zu aktivieren. Wie viel Zeit bleibt uns? Sehr wenig. Nicht genug. Eigentlich gar kein. Ohne das Fahrzeug werden sie auf ihren Transport zurückfallen müssen. Langsam verliere ich die Geduld mit dem Raid. Ich muss zugeben. Von allem kann ich nicht anders, als das hier recht belebend zu finden. Über den Feindhorn ist es. Der ist halt ordentlich aus. Aber kann er auch einstecken? Der Feindhorn ist jetzt lange genug darunter. Der Feindhorn ist jetzt lange genug darunter. Geflogen. Hier lang. Geradeaus. Dann verliere ich wieder dort mit dem Raid. Hier sollte eigentlich eine Brücke sein. Gibt es noch einen Weg rüber? Moment. Gegner hinter uns. Stellung halten. Werden flankiert. Bitteschön. Mein Geschick gilt wohl auch für Brücken. Wie aufregend. Mir nach. Beeilung, Menschen. Das Tor zu werden. Wie du mir nackt? Warum hilfst du diesen Menschen? Schlechte Neuigkeiten, Menschen. Der Werte hat uns entdeckt. Den haben wir schon mal zerlegt. Und vermutlich nicht zum letzten Mal. Ich bin in der Hand. 117, wenn Sie mich hören können. Wir nähern uns dem Tor. Halten Sie die Stellung. Cortana blockiert den Funk? In der Tat. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die Menschen noch im Tor sind. Achtet auf Scharfschützen im Hintergrund. Ich habe euch wohl falsch eingeschätzt. Ich hielt euer Verhalten für Harnäckigkeit. Auch wenn es in Wahrheit selbstbörderisch erwartet ist. Ihr habt euch wacker geflagten, Spartans. Doch euer Kampf ist vorbei. Ihr habt ihn bestimmt verletzt. Weiter so. Auf zum letzten Geflagten. Das ist fantastische Arbeit, Menschen. Der Werter ist außer sich. Keiner weniger. Feuer doch den Werter. Vorsicht, Menschen. Sie sind umzingelt. Was haben wir nur gemacht, bevor wir sie hatten, um uns sowas zu sagen? Die Menschheit hat sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereiste. So tot bringt wie irgendjemand je. So tot bringt wie irgendjemand je. Der Wettbewerbler erledigt. Hältst du den Spartan? Der Wettbewerbler ist auspack nimelfen. Ihr habt ihn deswegen todos liegend. Wir werden hart, Kasper. Ich bin tot! Ich will mich nicht vor! Ihre Kampfkünste sind beeindruckend. Bald wird der Werther besiegt sein. Oder zumindest diese Körper. Der Werther selbst? Achten Sie nicht auf mich. Sie schlagen sich sehr gut. Lass den Trigger keinen Boden gewinnen! Das ist ein Scherz! Das ist ein Scherz! Fast geschafft! Kämpfen Sie weiter! Okay, wenn wir... Ausgezeichnet! Der Werther ist ziemlich gedemütigt, bin ich sicher. Ach. Können Roboter Demut fühlen? Oh, der Werther ist kein Roboter. Ich dachte, das wüssten Sie. Mir nach! Da! Die anderen! Schief! Bitte, halt! Cortana! Ist gefährlich. Ich weiß. Sie müssen das nicht allein machen. Wir können Ihnen helfen. Dafür ist es längst zu spät. Cortana! Nein! Oh nein! Sie hätte ihn nicht so nah an sich heranlassen dürfen. Das wird der Werther nicht länger dulden. Ich habe ihn nicht so getan. Ich habe ihn nicht so für. Ich habe ihn nicht so getan. Ich habe ihn nicht so getan. Bis zum nächsten Mal.